Da Dirk und ich jetzt für unser Schlussjahr hier Jubiläum haben, habe ich gedacht, ich mache so eine Sahne vor. Ich meine, sie ist ja schließlich auch so dick und dünn gegangen. Und sowas muss man gefeiert haben. So, irgendwas fehlt aber noch. Meine Marshmallow. Ist das nicht ein Prachtstück von Torte geworden? So, nun ab in den Kühlschrank, bevor die Knie da wegläuft. Ich wollte so riesig, dass ich jetzt so dick kann, dass wir einfach diesen Tag zusammen genießen können und eben auch zusammen feiern. Wie siehst du denn aus? Ja, ich wollte mit unserem Sivilläum feiern, die Sivirik. Was willst du hier? Das hat ja keine Zeit. Du hast keine Zeit. Ja, weil ich habe selber Besuch hier. Ja, und das hat mir dann Besuch. Ey, bleib mit dem Sivirik. Ja, ich kann das gar nicht verstehen, dass Jens sich nicht so wirklich gefreut wird über meine Überraschung. Ich habe eigentlich als Dank schon erwartet, dass sie mir behalzt werden. Was kommt jetzt hier auf alle auftauchen? Das passt mir gar nicht. Das passt mir überhaupt nicht. Das passt das nicht. Ich wollte hier mit dir den Tag feiern und du bist. Was für ein Tag denn? Ja, unser Jubiläum. Wie oft noch kriegst du es meinen Schmacken hier nicht weiter dabei? Was haben wir denn für ein Jubiläum? Was haben wir denn für ein Jubiläum? Das ist unsere Freundschaft. Was meinst du? Dann mache ich mir noch kletzen. Ich habe 50 Freunde mit und bin ich ein ganzes Jahr am Feiern. Es war mir ja irgendwie schon unangenehm, überhaupt Dani meiner Freundin vorzustellen. Jetzt Julia vorzustellen. Die denkt ja, ich kenne Leute aus dem Irrenhaus. Wir haben jetzt so viel durchgemacht. Weißt du, und du vergisst das einfach. Ja, wer hat das durchgemacht? Ich. Ich ja wohl auch. Außerdem, hier, an unserem Tag lädst du da irgendwo eine Schwule ein. Was ist das für eine Schwule? Das ist meine Freundin. Ja, aber aus dem Tag, der könnte sich doch morgen kommen oder so. Nee, das ist gar nicht. Wir haben jetzt auch gemerkt, dass wir bei der Trinkung gut ist. Du nimmst den Scheißer mit und abnimmst dich an eine Ruhe ab. Komm, 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 komm. Nee, komm, komm raus hier. Komm. Was machst du denn? Was machst du denn? Du bist doch ganz sauber. Raus mit der. Geh raus. Warum, als ich sie dann erst freundlich gebeten hatte, den Raum zu lassen wollte, sie nicht? Dann haben sie halt irgendwie etwas mit Geschmackes versucht. Raus zu holen. Und dann hatten sie doch die ganze Torte rum. Und die fliegt Julia natürlich vor die Füße und an den ganzen Klamotten. Die sah aus, als hätte sie wohl in Sahne geladen. Und die fliegt Julia, der Chao und an den ganzen Klamotten. Die fliegt Julia, der größte Hüste und an der ganzen Klamotten. Ich wollte dich überraschen mit meiner tollen Zeitung. Ich wollte mich überraschen. Das war ein Witz. Erstmal war es keine Torte, sondern mir so ein Sahnetrümmer fällt. Das war raus. Es hat alles verstanden. Du hast den Tag ja vergessen. Es hat alles verstanden. Nach dieser Aktion von gestern. Ich habe einen schönen Tag mit meiner Freundin verbrüht, die gut ist. Klar? Ich gehe mit dir in den Tierpark. Und sie hat das zu mir. Sieht zu, mach dir selber einen schönen Tag. Es hat alles verstanden. Es ist nicht nur noch auf. Die Erste, was ich gerade gesagt hat. Ich habe mich nicht nur noch. Es ist ein Zechler für ein GIRL. Ich habe Fragen Sie ein halb, ein Tierpark. Ich freue mich total jetzt mit Julia heute mal einen schönen Tag, ohne da hier im Tierpark verbringen zu können. Hallo, guten Tag, haben wir einen Eintrittspunkt bezahlt? Ja, ja, ich war mir eben draußen im Auto. Hallo? Hallo? Das ist doch nicht. Ich habe diese Kassierin mal angehalten, wegen der Ursprung bezahlt hätte ich. Ich habe schon mal, ja, habe ich schon, bevor ich lande. Hallo, Flo. Nein, was bist du denn? Zu dir. Ich komme mit ihr, also mit ihr. Nicht im Ernst, also wir brauchen gerade an diesem Tag und dieser Zeit. Was, was, ich? Wie, das ist dir gerade zufällig eingefallen? Ich kann ja nicht wissen, dass ihr hier auch gerade seid. Ja, das sind wir. Ja, das sehe ich. Jetzt und hier. Wir sind auch jetzt weg. Das ist eine große andere Ecke. Nee, geht nicht woanders. Das ist nicht noch mal der erste. Nein, ich wollte mit Julia einen schönen Tag haben. Rein zufällig kam man auf einmal jeder Krups angewatschen. Und wollte den Platz sein, den Parklaufen. Ja, wir müssen nur das lernen. Ja, voll. Ich habe keine Lust mehr. Also, das ist ein Gefallen. Aber, ich spiele gleich mal mit. Okay. Was? Wir schießen. Ja, da könnt ihr mal warten. Ihr könnt doch warten. Kommst du nicht mit, wa? Wird so schnell. Ja, das siehst du ja. Ja. Ist auch so Atem, wa? Nö, das ist eigentlich nicht. Wir müssen nur schnell auf Toilette. Oh, auf Toilette. Geben kurz auf Toilette. Warte mal eben hier. Und dann gehen wir gleich erstmal ein Eis essen. Hier kommt ja eh nicht mehr. Ach doch. Sicher. Trefft uns gleich wieder hier. Und dann gehen wir ein Eis essen. Soll ich mir jetzt freuen. Es dauert zu lange, sonst musst du erst auf den Klo. Schnell. Okay. Oh, schnell. Was hast du denn so backen? Das ist besser. Okay. Okay. Aber das geht. Wir fanden ja dann diesen Durchgang und haben sie verkühlt. Und dann, die stand dann da und hat ja auch super geklappt. Und die hat ja alles gebraucht. Ich stehe da schon immer gebraucht. Ja, warte, 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 warte. Ja, warte, 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 warte. Ja, warte, warte. Scheint er mich hier mal richtig verarscht und hier mag. Ich meine, das ist ja süßig, dass die da eigentlich die Gase geschmieren lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017